Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, NoTimeMMA. Michael Smolik hat rausgehauen in einem mega Statement, aber bevor das Video losgeht, schaut gerne in die Videobeschreibung bei Fight4LessonGod7Nutrition, spart ihr 10% mit dem Code MMA10 und abonniert gerne diesen Kanal, Freunde, denn 60% von meinen Zuschauern haben mich noch nicht abonniert. Ihr könnt mich damit sehr supporten, aber jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Video, Freunde. Ja, Michael Smolik hat ein langes Statement rausgehauen, 15 Minuten lang ungefähr und hat dort über die Kritik von Edmond gesprochen, von Ringlife, die er in diesem längeren Video rausgehauen hat, wo er konstruktiv einfach wirklich mal darüber berichtet hat, was seiner Meinung nach in Michael Smoliks Karriere einfach noch fehlt, dass er ein ernstzunehmender Fighter wird und dass er anerkannt wird, dass er Respekt bekommt in Deutschland und darauf ist er eingegangen, auf Christian Eckerlin, auf seinen nächsten Gegner und vieles, vieles mehr. Aber erstmal hat er damit angefangen, wirklich auch Props zu geben an Ringlife und mich, dass wir den MMA-Sport weiter in Deutschland voranbringen. Und da will ich auch mal vielen, vielen Dank sagen an dieser Stelle, das muss man dir lassen, egal ob du wirklich irgendwie in den Schlagzeilen stehst, aufgrund von negativer Kritik oder nicht, du bringst den Kampfsport momentan nach vorne, weil du ihn ins Rampenlicht bringst. Es wird mehr darüber gesprochen und das ist auch eine große Sache, was zählt, egal ob im guten oder schlechten Sinne. Es wird darüber gesprochen und selbst das bringt den MMA-Kampfsport hier wirklich nach vorne. Vielen Dank für die netten Worte und ja, ansonsten hat er wirklich auch kurz damit angetäuscht, dass er gesagt hat, dass Ringlife in dieser Hinsicht gerne gegen ihn kämpfen kann, wenn er ja so diese Kritik gegen ihn äußern will. Und er sagte dazu, war natürlich nur Spaß, war nicht so gemeint, hat er kurz einen Scherz gemacht und hat gesagt, dass er überrascht war von Edmons konstruktiver Kritik. Er hätte wirklich damit gedacht, dass es ein bisschen subjektiver wird, ein bisschen negativer, aber Edmon hat da wirklich halt seiner Meinung nach die richtigen Fakten rausgehauen, die halt wirklich auch in der Hinsicht so stimmen, dass Smolik natürlich auch gute Gegner kämpfen muss, um ernst genommen zu werden. Aber er sagte auch in diesem Video, dass er ja auch ernste Gegner haben will. Er will gute Gegner haben, hat er gesagt. Er will gegen ordentliche Leute kämpfen. Und er sagte auch zu der Herausforderung zu Christian Eckerlin, dass er auf jeden Fall diesen Kampf will und dass sein Ziel ist natürlich der Beste zu werden, der Beste in Deutschland zu werden und der Beste Deutsche international zu werden, der Beste Kämpfer, der Deutschland vertritt im internationalen Raum, womöglich halt auch in der UFC dann dementsprechend. Und das sind natürlich hohe Ziele, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn man Champion sein will, wenn man gewinnen will überhaupt, da musst du schon mit dem Mindset da reingehen, dass du diese Kämpfe gewinnst. Da musst du mit dem Mindset da reingehen, dass du weißt, dass du Champion wirst. So, du musst dir hohe Ziele setzen und nicht nur sagen, ja, ich schaff's doch eh nicht. Dann schaffst du's auch nicht. Du musst wirklich selbstbewusst sein, an die Sache rangehen und so erreichst du deine Ziele und das in jeder Lebenssituation. Ansonsten hatte Michael Smolik auch gesagt, dass sein nächster Gegner Alexander Wesner werden soll. Dieser hat im Co-Main-Event bei der GMC-Veranstaltung Koray Cengiz besiegt gehabt in einer guten Schlacht, in einem Mega-Fight und das ist ein Top-Ten-Mann im Schwergewicht, gegen den will er kämpfen, wäre ein Mega-Fight, aber er sagt, er muss erstmal in der Hand operiert werden und wird dementsprechend erst im Oktober oder November kämpfen. Auf jeden Fall will er noch dieses Jahr kämpfen, aber ja, darauf bin ich sehr gespannt. Ansonsten lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren da. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, Freunde, hier bei No Time and May.